Klaras Lust – Heiße Pupnot bei kaltem Wetter Bente bemerkt als Erste, dass sie gnadenlos verschlafen haben. Schnell weckt sie ihren Freund, gestattet ihnen beiden aus Zeitnot lediglich das Pinkeln und hetzt mit ihm los. Die Eile rächt sich furchtbar, denn Alexanders aufgeschobener Stuhlgang drängt unerbittlich. Sehr zur betörenden Lust ihrer gemeinsamen Freundin Klara. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage.